Ah, 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 ah! Lagebericht. Die letzten paar Monate auf Okinawa haben ihre Spuren hinterlassen. Die Moral ist geschwächt. Es liegt im Regen, Sir, unterm Schlamm. Unsere Panzer fahren sich fest, der Nachschub kommt nicht durch. Wir können nicht mal die Verletzten abtransportieren. Ja, Sir. Verstanden. Ich sage es dir, Männer. Start. In Hitze des Gefechts. 14. Mai 1945. Farna Ridge, Okinawa. Private Miller, 1. Marine Division. Gehen Sie einfach den Hügel rauf, Polonski. Der Bunker da ist ein stark gesichertes Entgegen. Verteilen. Au. Fluchtblöcke! Feuer erwiedern! Wille! Das Gras wiederbrennt! Danke für die nette Unterstützung, Leute. Oh, Mann. Ciao. Ciao. Ich nehme einfach mal das Teil. Ciao. Haben wir. So. Au. Oh Gott. Ähm. Verdammt. So. Hier. Und. Und. Fühlt ja gerne. Komm schon, Miller. Wir brauchen Deckung. Banate. Maschinengewehr. Sie können uns nicht sehen. Den Bunker sichern. Und die Höhen. Vor uns liegen noch mehr Bunker. Ich sag's mal so, es war ziemlich einfach. Das ist nicht wahr. Das wäre ja fast nichts mehr geworden, aber auch nur fast. Scheiße. Die Bunker müssen brennen, die Bunker müssen brennen. Die Bunker müssen, das war ja peinlich. Oh nee. Nice. Ja. Ja. Die kommen hierher. Granate. Schmiller. Nerven Sie eine Rucksackladung. Rolls für mich. Ach man Alter, da kotzt mich an ihr. Ich führe alle weg von mir. Wir haben drei aktive Bunker. Flankieren und dann sichern. Ja. Verdammt normal. Ich will sofort Feuer in diesen verdammten Bunkern haben. Gute Nacht. Vorwärts. Marsch. Ah, scheiße, direkt bei mir. Ich bin auch nur reingelaufen. Ja. Ah, ah, ah. Nee. Au. Verdammt. Au. War da überhaupt eine Granatenwarnung? Ich meine nämlich nicht. Mann, das macht mich traurig. Oh. Heldenhaft weggesprungen. Du wolltest es nicht anders. Oh. Huh. Granate. Weck. Er ist in schlechtem Zustand. Ja, also. Granate. Weck ihr, verdammt. Thompson. Wir haben uns in die Ecke gedrängt. Wir brauchen Deckung. Da wo? Wir brauchen eine große andere Seite. Du wirst die Däume ausgerufen. Nicht herumschnehen, Milan. Die Bunker müssen brennen. Achter den Bauern im Verhilfe. Du. Ich habe gesehen, was ich nicht trainieren kann, was ich nicht trainieren kann, was ich nicht trainieren kann. Ich schaue die Gesichter um mich, und ich weiß, dass niemand so erwartet. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020